Ah, shit, nigga. Hallas, Hallas, ich hab meinen Arm. Oh, oh, oh. Der ist so stark. So, Leute, Alienball ist mal wieder am Start. Heute mal für euch wieder einmal ein neues Video. Und zwar heute bin ich mal wieder kreativ. Und zwar heute hab ich mir gedacht, dass ich heute eine Armdruck-Challenge mache. Ich werde draußen gehen und Leute herausfordern, in Armdrücken meine Kraft und Stärke zu testen. Ich bin mal gespannt, wer mich heute besiegen wird. Oder ob ich heute ungeschlagen bleibe. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefällt, lasst mir ruhig ein Like da, abonniert mich, aktiviert die Glocke, teilt das Video, schreibt unten in die Kommentare Armdruck-Challenge. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Eins, zwei, drei. Okay. So, jetzt kommt der zweite Gegner. Noch drei geht es so. Drei, zwei, ein Zugruss. So, geht's. Oh, Gott. Oh. Oh, oh, das ist spannend. Oh, das ist spannend. Der Power. Nein, 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 nein. Oh, mein. Let's go. Nein, nein, nein. Let's go. It's too big, but I've got nothing to lose. Check me. No hate. Hell, I've got nothing to prove. Six, six, five, five. One chance to stay alive. One, two, three, three, four. But I can hardly breathe. Countdown to eternity. Goodbye reality. Two, three, four. Tick tock. Tick tock. Let's go. Tick tock. Alles, alles, ich hab mein Arm. Hier. Okay, okay, dann... Okay. Ohne Chin, dann geht. Ohne Chin. Okay? Gute Nacht. So. Somebody gon' get their ass kick. Somebody gon' get their wheeled in. Somebody gon' get their ass kick. Somebody gon' get their wheeled in. Was war? Wittling. Wittling. So, jetzt kommt der Gegner Nummer 5 oder Nummer 6. Hatte schon ein paar Gegner hinter mir. Mal schauen, wie der nächste Gegner ist. Wie ist das mit dem anderen Namen? Einfach auf dem Bein lassen? Kannst du überall hinlegen, wo du möchtest. Eins, zwei, zwei und los. Okay, gut gemacht. Jetzt noch was für deinen Freunden. Ja, Füße geht raus an Dui und Theo. So, jetzt kommt Gegner Nummer 7. 3, 2, 1 und go! Das ist rollbeißte Frauen, bis jetzt kommt auf die Scheine. 段 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020